Einen angenehmen Samstag, hallo und herzlich willkommen hier auf KRONE TV zu unserer wöchentlichen Bundesliga-Vorschau mit unserem Experten Michi Konzl. Servus. Hallo, servus. Ein sparender Spieltag, der bevorsteht, vor allem in der Qualifikationsgruppe. Wir halten fest, sechs Spiele vor Schluss ist der siebte Ried vom letzten Alltag nur vier Punkte getrennt. Das heißt, alles ist eigentlich möglich, jedes Spiel, ein Sechs-Punkte-Spiel, möchtest du dich nervlich versuchen in die Trainer und Spieler rein zu versetzen? Gut, ich war Gott sei Dank nie so in der Situation, dass ich einen Abstieg gespielt habe, aber es ist extrem knapp, also man darf sich da jetzt weder oben noch unten irgendwas leisten, entweder reißt man ab oder man verliert oben den Anschluss. Ried ist ja im Moment ganz vorne dabei, aber die dürfen sich auch nicht spielen, du hast das ja angesprochen. Das sind vier Punkte in Wahrheit, das geht so schnell bei der Drei-Punkte-Regel und da ist jedes Spiel jetzt, da geht es um alles. Das ist nur gut für uns alle, weil dann kommt es zu spannenden Spielen. Da ist eine hohe Nervenbelastung da für die Spieler, für die Trainer, aber da sieht man dann, wer ist im Ganzen gewachsen und wer macht dann unter Druck Fehler, wer kann sich steigern. Das ist immer für mich so interessant, welcher Typus kann dann letztendlich über sich hinaus wachsen. Die Hartberger haben unter Klaus Schmidt ganz gute Ergebnisse eingeholt, dreimal ein 0 zu 0, einmal 0 zu 1 verloren. Auf der anderen Seite die Admirer, die auswärts zu Gast sind, als einziges Team in der Qualifikationsrunde noch ungeschlagen. Wird das eine haarige Angelegenheit für Hartberg und kann die Admirer davonziehen? Hartberg, aus meiner Sicht, sie bringen nicht das am Platz, was sie schon gezeigt haben und was sie ausgemacht haben und was sie können. Warum auch immer. Das kann sich natürlich noch drehen, weil die Qualität, weil sie es ja schon mal gezeigt haben, weil die Qualität ja da ist. Also es wird nicht einfach. Die Admirer ist auf keinen schlechten Weg, aber das ist auch so ein bisschen auf und ab. Einmal denkt man sich, ja, jetzt haben sie es, jetzt könnten sie da durchstarten und dann kriegen sie wieder, also durchstarten in dem Sinne, dass ich meine, sie können oben andocken, in der oberen Hälfte, also ganz oben andocken und dann verlieren sie oder spielen dann Spiele unentschieden, die du normal gewinnen musst. Also sie bringen es nicht drüber. Sie bringen den Dreier nicht ganz drüber, nicht immer. Und deswegen glaube ich, es wird eine absolute Tagesverfassung, wer da den besseren Tag hat und auch vom Spielverlauf, wer mehr Glück hat. Das ist ein ausgeglichenes Spiel aus meiner Sicht. Oder wird ein ausgeglichenes Spiel. Die SV Ried hingegen scheint Favorit zu sein im Heimspiel gegen die WSG aus Tirol. Zumindest das letzte Heimspiel gegen den Lass hat gezeigt, dass sie heimstark sind. Können sie das deiner Meinung nach bestätigen und somit den siebten Platz festhalten? Oder wie siehst du gerade die Elf von Thomas Silberberger, die auch für Überraschungen immer wieder gut ist? Ja, das ist da wahrscheinlich am ärgsten im Moment. Da gibt es ein extremes Auf und Ab. Da kann man gar nicht so einschätzen, wo ordnet man sich ein. Ist das jetzt eine Mannschaft, die Qualität hat, die jetzt um einen Abstieg zittern muss? Oder ob sie doch mithalten können? Und Ried, die haben schon aus meiner Sicht mehr Qualität. Da glaube ich eher, dass Ried die Nase von haben wird. Also die Innenviertler klar favorisiert. Das letzte Duell in der Qualifikationsgruppe verspricht auch einiges. Denn die Altacher sind wieder erwacht. Unter Ludovic Manjeur haben sie zuletzt vier Spiele in Serie nicht verloren. Haben somit den Punkteabstand auch reduzieren können. Auf der anderen Seite der Lassk, der eigentlich als Top-Team von den unteren sechs Mannschaften genannt wurde. Und jetzt dem Abstieg näher ist denn je. Was könnte das dann bedeuten, auswärts im Ländle, wo es dann auch unangenehm zu spielen ist? Die Formkurve steigt wirklich sowas von steil nach oben bei Altach. Und der neue Trainer Manjeur hat sichtlich einen guten Draht gefunden und stellt die Mannschaft auch gut ein. Der Lassk ist so ein bisschen eine Wundertüte geworden, aus meiner Sicht. Ich hätte ja nie damit gerechnet, dass die unten dabei sind. Von dem, was sie schon alles gezeigt haben. Wo sie auch Qualität in der Mannschaft haben. Aber da ist, ja, eigenartig für mich, in Wahrheit, dass sie dann furios starten. Dann spielen sie wieder naiv. Dann sind sie wieder hinten offen und löchrig, weil sie nur nach vorne marschieren. Also, da harmoniert es auch nicht wirklich ganz. Da ist es so, dass das, ich glaube, dass das eine unentschiedene Partie wird. Weil Altach zwar den Höhenflug im Moment, aber mehr Qualität beim Lassk ist. Und deswegen glaube ich, dass es eine unentschiedene wird. Eine ausgeglichene Angelegenheit, wenn es nach Michi Konsel geht. In der Meistergruppe kommt es auch zum Aufeinandertreffen zwischen Sturm und Rapid. Rapid, ein Klassiker im österreichischen Oberhaus. Was siehst du aktuell Vorteile? Sturm ist der engste Verfolger von Salzburg. Rapid aber auch wieder durch den Sieg gegen den WRC in die Spur gekommen. Absoluter Klassiker. Ein Topspiel. Ja, Sturm ist in einer guten Situation. Die sind Zweiter. Doch einige Punkte vor Rapid. Aber Rapid hat, glaube ich, so richtig Lunte gerochen. Und vor allem der Sieg gegen den WRC war enorm wichtig für die Moral. Eine extrem dezimierte Mannschaft, Rapid-Mannschaft. Aber die haben wirklich Feuer ausgestrahlt und Siegeswillen ausgestrahlt. War nicht alles gut. Ich war im Stadion, haben mir das angeschaut. Also es war teilweise sehr glücklich. Aber man hat um diesen Sieg gefeitet, gekämpft. Die jungen Spieler, die reingekommen sind, die haben Rapid-Mentalität gezeigt. Das hat mir echt gut gefallen und es ist auch gut rübergekommen beim Publikum. Und war extrem wichtig. Also die drei Punkte waren extrem wichtig, dass man vorne dabei bleibt. Und ja, mit diesem Selbstvertrauen, ich weiß jetzt nicht, wer aller zurückkommen kann. Es war ja da ziemlich viele Corona-Fälle, viele Ausfälle. Aber die eingesprungen sind, die haben das richtig gut gemacht. Und wenn jetzt die anderen Spieler noch dazukommen, die wieder gesund werden, genesen sind. Und dann steigt natürlich die Qualität. Krüll ist auch wieder dabei, der gesperrt war. Also der ist ja auch so ein Garant, dass Rapid gut spielt. Es wird ein richtig, richtig spannendes, gutes Spiel. Ausgang, Prognose, schwierig. Aber Rapid ist nicht chancenlos. Rapid kann vor allem mit einem Sieg in Graz den Abstand auf Sturm bis auf zwei Zähler verkürzt und somit dann auch noch vom Vizemeistertitel träumen. Die Austria hingegen hat andere Sorgen in dieser Woche aufgekommen, dass sie zumindest vom Senat 5 vorerst keine Zulassung für die kommende Bundesligasaison erhalten. Sprich, keine Lizenz, 20.000 Euro Strafe, vier Punkte Abzug. Eine Frist gibt es noch, wo sie alles nachreichen können. Ist das jetzt wirklich Alarm am Verteilerkreis oder können Sie das, glaubst du, in den nächsten Tagen und Wochen regeln und dann ist das Ganze gegessen? Ehrlich gesagt würde es mich schon allein für die junge Truppe freuen. Da hat man schon auch gemerkt bei der Austria, die Aufbruchstimmung, eine junge Truppe, die unbedingt will, die Qualität hat. Austria gehört dazu einfach, schon allein wegen den Darbys. Und das wäre ganz bitter, wenn da irgendwas schief geht. Mich hat es eigentlich sehr gewundert, dass es da jetzt wieder Probleme gibt, weil man doch immer wieder gehört hat, ja, da gibt es so viele Gönner jetzt, die die Austria retten wollen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist das alles im sicheren Hafen. Aber anscheinend nicht. Aber ich glaube, alle Austra-Anhänger hoffen doch, dass sich das irgendwie ausgeht. Salzburg ist zu Gast. Das heißt, der wahrscheinliche Meister in dieser Saison tritt am Verteilerkreis auf. Was spricht denn für die Austria? Was können die Jungfälchen dagegen halten? Ist das vielleicht genau richtig, dass man sich ablenkt von den eigentlichen Themen, die unter der Woche aufgekommen sind und sich aufs Sportliche fokussiert? Ja, es ist natürlich für alle Jungen ein Riesenspiel, eh klar. Als Außenseiter, da spürt man es sich einfach leichter. Als Favorit hast du immer den Druck, du musst jetzt gewinnen. Jeder erwartet von dir, dass du wieder gewinnst. Da ist die Austria in einer ganz guten Position. Also sie können nur überraschen. In Wahrheit, es ist oft so, dass es ein Ruck durch die Mannschaft geht, wenn es Probleme gibt im Umfeld, sportlich bis aufs letzte Spiel. Bei Sturm war es nicht so. Aber ansonsten kann man da eigentlich schon, glaube ich, nicht unzufrieden sein. Wenn man ein paar Wochen zurückgeht und die Ausgangssituation sich ein bisschen noch einmal erinnert, dann machen die einen echt guten Job, die Jungs. Und ja, es wird verdammt schwer, eh klar. Aber es ist auch Salzburg, wenn die nicht hundertprozentig konzentriert sind. Und man sieht es ja immer wieder. Entweder fahren sie drüber, so wie letzte Woche aus der Klagenfurt. Oder es wird eine enge Geschichte. So wie gegen Rapid zum Beispiel. Wie gesagt, es ist nicht viel zu verlieren. Sie können nur gewinnen. Und ja, unterm Strich wird Salzburg wahrscheinlich gewinnen. Die favorisierten Mozart-Städter auch am Verteilerkreis. Zum Abschluss haben wir noch ein Kärntner-Darby, WRC gegen Austria-Klagenfurt. Der Fünfte gegen den Sechsten. Siehst du für eine dieser beiden Mannschaften noch die Chance und das Potenzial, in die Top-4 aufzusteigen? Oder werden sich die letzten beiden Plätze untereinander ausmachen? Schaut im Moment so aus. Der WRC, aus meiner Sicht, können die viel mehr. Gegen Rapid haben sie ein ordentliches Spiel gezeigt. Nur waren sie im Abschluss teilweise... Ja, es war ein Unvermögen dabei, muss ich fast sagen, weil das waren wirklich Großchancen. Die hat man leichtfertig vergeben und dann wird es natürlich schwer. Und sie sind ein bisschen so in einem Fahrwasser drinnen. Ja, sie haben schon bessere Zeiten gesehen in Wahrheit. Ich glaube trotzdem, dass sie mehr Qualität wie Austria-Klagenfurt hat. Und ja, D'Arby hat zwar auch dort, auch in Kärnten, eigene Gesetze. Aber da glaube ich doch, dass der WRC die bessere Mannschaft ist. Und die müssen auch irgendwann einmal wieder schauen, dass sie auf die Sriegelstraße kommen. Sie werden aus meiner Sicht unter ihren Wert geschlagen im Moment. Die können mehr. Da hakt es ein bisschen. Vor allem nach vielen Niederlagen in Folge, muss man sagen. Michi, besten Dank für deine Einschätzungen. Das heißt, es bleibt Ihnen übrig, welche Spiele Sie sich im Krone.at Live-Ticker auch ansehen werden. Das Spitzenspiel ist Sturm gegen Rapid. Wir wünschen viel Spaß, Spieltag Nummer 27 und hören uns dann wieder in ein paar Wochen. Ciao.